Ab zum nächsten Cup. Was ist dein nächster Cup? Äh, Flower Cup. Und ich nehme auf jeden Fall hier nochmal den fetten. Ich bin überlegen, ob ich jetzt so ein Medium Gedöns nehme oder lieber rechts. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt mal Koopa. Also wenn nicht ich Koopa gespielt. Ja, dann spiel ich halt tot. Nein, du kannst gern Koopa spielen. Standard Mario oder die grüne Gurke? Finde ich beide blöd. Dann spiele ich Standard Mario. Geht mir die Gurke. So, Flova. Na, da war ich einen Tick zu spät dran mit dem Drücker. Nein, ich glaube, ich war richtig. Aber ich bin da einfach irgendjemanden reingefahren. Feder, ich wüsste gar nicht, warum man die abkürzen kann. Soll, will. Ich bin auch ständig im Pudding drin. Nein, jetzt zünde ich die Fehler extra und dann kriege ich kein Item. Nein. Ab in die Wallerpump. Keine Ahnung, wieso mein Typ die ganze Zeit springt. Stimmt mich gar nichts. Da sind diese Hubbel auf dem Boden. Ah ja, durchsicht. Danke. Ich hab schon nicht nur bekloppt. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Tschüss. Ich schieße halt den siebten ab, wie deprimierend. Kommst du wenigstens als vierter rein, ja? Oh, wird knapp, weil ich das ein bisschen fad, wäre mal so nebenbei. Äh, ja, nee, ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Doch nicht, okay. Gut, schön, dass wir beursprochen haben. Der hätte es nicht sagen dürfen. Ich wusste nicht mal, dass ich auf dem vierten Platz bin. Ich dachte, ich frag mal. Ich bin einfach nur geradeaus gefahren. Achst du mir einen Stern neben dir? Nö. Ich kann den Roten nicht zünden, weil du damit zwischensitzt. Doch jetzt hab ich schon, ne? Ja, hier, Mario frisst. Na, schön gegen die Bande. Ich hab Bowser erwischt. Oh, dritter. Au, au. Ja, Bowser hat mich noch ein bisschen geschubst. Jetzt wäre ich fünfter, was aber auch keine Punkte gibt. Also, ich schaff nur die erste Runde dann, okay? Ja, okay. Die resta kacke ich dann wieder. Ich freu mich drauf. Also, du sagst, Hauptsache, Punkte einmal gesammelt, das reicht dir. Genau. Mhm. Alleine versuch ich das gar nicht, sorry. Okay. Mit Koopa bin ich jetzt auch guter Dinge bei der Geisterbahn. Ja, ist die Ghost Valley? Ich weiß es nicht. Mein ja. Also, ersten Platz glaub ich nicht, aber als vierter oder dritter. hoff ich da jetzt reinzukommen. Ich glaub, bei der gar nicht ein Kurvenverhalten will ich hier nicht mal einen Superstart haben. Die Kröte hat einfach ein geiles Kurvenverhalten. Sag mir, was du willst. Ich find's Pfiesbeschleunigung hier gar nicht so verkehrt. Ja, aber die Kröte ist auch die zweitbeste. Also, dafür ist die auch ganz gut geeignet. Äh, wo will ich denn den Pilz zünden auf der Strecke? Eigentlich gar nicht. Achso, doch hier bei der Zielgeraden. Äh. Ja, knappe noch ein Pilz vor die Fresse, Mann. Alter, ich schaff's jedes Mal, die gleiche Strecke runterzufallen. Erste Runde nicht und jetzt einfach direkt. Hm. Nochmal. Ich hab versucht, das Ding einzusammeln, war mein Fehler. Und ich werd schon überrundet. Oh, nochmal runter, weil, boah, hab ich runtergekickelt. Wartner After. Ja, du kannst mich auch gleich noch umrunden, keine Angst. So hast du schon. Ist nicht mein Ziel. Mit der Feder kannst du die erste dicke Kurve gut abkürzen. Hast du gesehen, was ich getan hab? Nee, da hab ich mich bei dieser Strecke echt nicht drauf konzentrieren. Ich hab abgekürzt. In den Abgrund. Achso. Ist da unten ne Ziellinie aufgemacht? Ich weiß es nicht, ich wollt mal gucken. War zu dunkel, oder? Ja. Was für ein Kontrast. Ey, eben verrecken wir 80 Mal in Folge und jetzt das. Ja, ich tue's trotzdem. Oh, Blitzi. Du, die haben mich auch alle umrundet. Ich kann gar nicht was anderes als Achter werden. Hm. Siebter ist noch möglich. Wie? Der ist jedenfalls noch nicht im Ziel. Echt jetzt? Jetzt schon. Achso, ja. Achso, nee, äh, ich muss auch noch eine Runde. Ja, aber gemütlich. Ey, nicht mich. Du, als wenn ich den kriegen würde, gezielt auf jemanden zuzufahren. Jedes Mal, jede Runde. Es geht gar nicht anders. Also, das ist deine Lieblingsruhle? Ja. Uh. Yay. Und noch den Abgrund. Schade. Und wir sehen tatsächlich Strecke 3. Ich glaub's nicht. Ja, mich wirst du aber auch noch auf nächste Runde mitsehen. Doch, die danach auch, wenn ich's schaffe. Drei Sekunden vorm zweiten waren's. Ich hab sogar Hoffnung auf Gold. Ja, das war sehr deprimierend. Ich bin jetzt bei Runde 3 von 4. Hm. Hier ist es exakt, was ich wollte. Wie können denn die Computer die Kurven so gut kriegen, ohne ins Schlittern zu geraten? Ich weiß es nicht. Oh. So gut hab ich diese Kurve noch nie gekriegt. Hoffentlich schaff ich das wieder. Ich will nicht immer ne Banane haben, Leute. Yes. Oh, kack. Ich glaub, mit nem Stern darfst du übrigens nicht ins Wasser, dann geht der aus. Ja. Hab ich schon was probiert. Oh, schön. Jedes Mal ne Banane. Oh, ich hab Maulwurf mit einer Schildkröde erwischt. Mhm. Du hast ein Maulwurf mit einer Schildkröde erwischt? Mhm. Okay. Wenn's mal eng wird, musst du nur mit ner Feder auf mich rausspringen, dann kannst du mich durch ihn werfen. Okay. Och. Ja. Das läuft hier nicht so gut wie letztes Mal. Ja, ich bin schon wieder auf dem Achten. Aber wenn ich das so halte und nicht wieder so viel Scheiß abo wie bei dem letzten Mal kurz vor Schluss, passt das noch. Blitz, blitz, blitz. Ja, das ist die gleiche Farbe, aber... Wollte auch kein Achtung haben. Diese Doppelkohle find ich so bescheuert. Die ist schon ganz schön für den Hintern. Au. Okay, wir müssen sie nicht nochmal erfahren. Wie kriegen die Kroben alle so gut? Ey, ich bin nicht Achter geworden. Ich mach mir auf jeden Fall keine Hoffnung mehr auf Gold jetzt. Ich mach mir keine Hoffnung, die letzten beiden Karten zu sehen. Null Punkte, wuhu. Jetzt bin ich ganz groß. Soll ich das neu starten? Du kannst das gerne noch weiter versuchen. Na gut. Ich wollte gerade sagen, treff ich nichts, wenn ihr so eine Riesentraube langfährt, aber doch. Und auch mich selbst. Oh. Danke. Wie heißt der Charakter eigentlich? Kupa? Ich muss mir irgendwas Cheerleader-Wiesiges zu überlegen, aber ich komm auf keinen Reimen. Er reimt sich ja selbst schon in Kupa Trooper. Kupa, Kupa, unser Mann, Kupa, Kupa, was für ein Fun. Zum Beispiel. Gas, 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 Gas. Na, gehst doch mal hoch. Mist. Und auch noch den anderen grünen. Krieg unter den grünen. Krieg der grünen Männchen. Bitte? Krieg der grünen Männchen. Ja. Ich hab noch ein bisschen Hoffnung. Aktuell. Schauen wir mal, wenn die zerstört wird. Oh, ungründlich. Ja, du schieb mich doch nicht noch, du. Blöd, Mann. Ja, das war's. Ich hab noch eine. Achso, ich dachte, ich wäre schon die letzte. Ja, zunächst mal ein Stern. Best Idee. Oh, nee. Hätt ich mir einen Stern aufheben sollen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ja, weil ich glaube, ich hatte hier keinen Geschwindigkeitsboost hier gegeben. Es wäre hier am Stein hängen geblieben, also war's gar nicht ganz falsch. Oh. Okay, 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 okay. Oh. Ja. Muss aber auch ein gewesen sein. Ich sag 14 Hundertstel, was hast du? Hm, zwei Hundertstel. Zwei? Zwei. Äh, es sind 18. Ist doch unfair, dass man als Spieler ausscheidet, aber die KI, wenn sie nie Punkte sammelt, trotzdem mal erfahren darf. Ja, ich mal. Ich glaube, ich werde sogar durch den KI ersetzt, oder nicht? Ich meine nicht. Na gut, aber ich habe jetzt ein leichtes Gefühl für die Strecke. Soll ich so eine Anlage machen? Und Toad geht in Führung. Knapp dahinter, Bowser, mit Donkey, gefolgt von Donkey Kong und Mario. Unser Underdog, Cooper, knapp hinterher. Aber oh, was ist das? Yoshi und Luigi überholen ihn. Das wird ein hartes Rennen. Hilf Münzen. Oh, und Cooper ist eben gegen die Röhre geknallt. Er dachte, das wäre Verwandtschaft. Meins war er wollte sich vor den Kleppner verstecken. Oder das? Oh, und Cooper wird gleich abkürzen. Oh, diese Kurve ist das A-Letste. Oh, Scheiße. Ja, wieder alle Grün auf dem Haufen. Nein. Oh, danke. Du hast mich ein bisschen krediert, Yoshi. Und Luigi knallt mich wieder vom Beschleunigungsding weg. Die sind doch alle auf RAM programmiert. Kann das sein? Ja. Ich glaube, die fahren einfach pur ihre Linie ab. Egal, ob da was im Weg steht oder nicht. Ich fühle mich dafür wohl nicht zu häufig gerammt. Wolltest du die gleiche Röhre wie vorhin? Oh, die gleiche Röhre. Es ist jedes Mal Luigi vorm Beschleunigungsstreifen, der Penner. Ja, du lässt dich dran, so krieg ich ihn nicht. Könnt ihr mich einfach mal in Ruhe lassen? Kann Luigi nicht mal einen Blitz zünden, wenn die da auf dem Haufen kleben? Ja. So. Und dann Röhre. Ja, gegen die Wand irgendwo, war leider klar. Oh. Ich muss nur mal an den vierten rankommen, so halb. Dann passt das noch ein bisschen. Nicht auf den Sack gehen. Ja, der bremst mich schön aus. Das wollte ich ja nichts. Ich muss den Stein vorm Beschleunigungsstreifen, also dann kriegt die Luigi was rein. Ich hilfe die Abkürzung auf jeden Fall und schade. Na gut, aber das war die letzte Strecke, das heißt, wir müssen den Kap nicht wiederholen, weil wir ihn gesehen. Und ich brauche jetzt auch mal eine kurze Pause. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Besser ist. Bis zum nächsten Mal.